Also, ich hab ja erst seit drei Jahren Internet gehabt. Ich hatte davor nie Internet, erst seit drei Jahren hab ich das. Und ich hab von vielen Dingen keine Ahnung gehabt. Aber ich muss sagen, ich war nicht von dieser Welt. Im Gegenteil, ich war direkt hier auf der Erde, ohne Internet. In unserem Paradies, jeden da, wo wir herkommen. Und es war ganz einfach, mir das zu schaffen und uns zu schützen. Also dieses Wissen, was man durch, übers Internet bekommt und diese Verbindungen sind Gift für den Lebensraum auf der Erde. Und wieder. Vielen Dank.